Dann schauen wir mal, was die Wahrheit ist. Es ist gut, dass man jetzt Gewissheit dann bekommt, ob wir ein Perfekt-Match sind oder nicht. Ich bete einfach so, dass das ein Perfekt-Match ist. Keine Ahnung, es wäre der schönste Tag. Bitte Match, bitte Match. Das ist ein No-Match. Eigentlich schon, ich kann da nicht mehr hinschauen. Mein Herz schlägt voll. Entweder steht jetzt blau mit weißer Schrift No-Match oder mit weißer Schrift und rosa, glaube ich. Perfekt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jahrhundert Oh Was? Die Gäste! Was? 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 Oh mein Gott! Seit Tag eins haben wir dann auch wirklich, lagen wir richtig und das ist jetzt die Bestätigung, dass wir perfekt matchen. Es ist unglaublich. Stark! Geil! Jetzt muss man sich diese ganzen Kopfschmerzen vergeben. Perfekt! Das ist perfekt. Ja. Das ist ja auch ein perfect match. Ich glaub das immer noch nicht, ne? Ohne Scheiß. Das ist perfekt. Ja. Ja. Ja.